Äh, ich lass mich nicht umbringen. Ich renne weg. 14 AP, okay? Ich renne weg. Ich renne weg, das geb ich mir nicht. Nein, 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 nein. So ein Schindelhuder trieb mir nicht. Ich hör da Mitte was? Ah ja, Mitte. Beide. Ohne. Ohne. Schön. Beide. Ah, fuck, ja. Das war dumm. Ja, das war so dumm. Hey, close range fight. Willst du nicht mit ner Glocke kommen? Ja. Der hat nämlich 1000 Schutzen mehr wie du. Einmal Profi, einmal Profi. Bitte, gleich down rank. Wir müssen. Wir sind beide bei dir. Okay. Ich hab schnell weggekommen. Beide war's. Ja, er war einer. Beide war's. Der andere hab ich nicht gesehen. Aber er hat eine Granate in der Hand gekriegt. Und er ist nicht gestorben. Ja. Beide. Schön. Oh der ist schon close. Die sind so lange am Spawn gestanden und meine Flashbang haben gar nichts gebracht, weil die waren nicht da. Ja. Kommen wieder beide bei dir, Glocke. Ja. Ja. Aber er hat einmal schon ein AK. Kommen doch zu mir. Ja. Er kommt. Na fuck. Warum cuttet er zu mir? Na, der hintere kriegt. Alles. Flasch. Der ist einfach hinter mir vorbei, ne? Da liegt einmal schon ein AK da. Ah! Der andere ist auch da drunter. Warte, warte. Warte, warte, spielst du aus. Der ist wenig Zeit. Boah. Keine gute Position. Der ist an. So eine räudige Position, sag ich dir wie es ist. Die AK-Liga können uns selber wieder gute MP kaufen. Alright. Grüß, Hütle. Ich glaube, du hast einen getroffen, oder? Weißt du nicht. Ich habe nur gesehen, dass so ein oranges Hütle in die nächste Umlaufbahn geflogen ist. Ja, einer war bei mir. Ich habe nur kurz gesehen. Entschuldigung, ich habe ihn wieder weg geschaut. Aber nicht. Es sind beide da. Der andere hat einen anderen... ...ding-tet. Aber... ...ding-tet. Ja, ich glaube, ich bleibe bei der M4. Ich glaube, da triffe ich auch ein bisschen besser. Ja, ich mag die auch so gerne. Oh, ich habe einen Troffen da. Lecker schmecken. Kommen, Mitte. Oder sind wir da zurück? Nein, nein. Nein, nein, Mitte. Boah. Der andere Couton Mitte? Ja. Oder hast du zumindest mal gesehen? Boah. Huh. Schöne. Der erste war eher umgerührt wie ein Kochtopf. Oh, ich habe so kalte Hände. Oh. Ich habe da noch einen HB. Ich habe noch einen HB. Ich habe noch einen HB. Ich bin Low. 11 HP. Und Druck geflasht. Oh, kein Zeit mehr. Eins, ob er hier ist. Äh. Komm. Noo. Schieß doch, oder? Ui. Oh, die kommen ja voll mit, eh. Wenn du es nicht hast, muss ich abwüxeln. Muss ich gleich auf Range drauf. Da waren jetzt schon Troffen. Da sind beide Schalt. Ja, dann hat der andere gepoostet. Zum Glück ist er nicht rausgepoost, wo ich voll flasht war. Toll. Ah, wie viel nix gekauft, wenn der... Ja man, let's gooo. Okay, let's go. Mach schaub oder unten? Mir eigentlich ziemlich egal. Da kann man da kommen. Boah, CZ-Ö. Scheisse Ränder. Ah, da links, 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 links. Ah, ja danke. Der hat den Diegel. Oh, unter den Diegel. Nimm doch die Diegel. Niemals. Boah, ein Schuss. Warum nimm ich auch die Diegel? Haha, initiativated. So, ich kaufe jetzt einen Galil. Einen Kevlar. Ich kann mir gar nix leisten, da fangst du schon. Ich spiel auf deine Galil. Ja, dann gehst du jetzt aber mit leeren Händen aus. Ich geh jetzt da auf und mach den Double Kill und dann ist fertig da die Runde. Ich wünsch mir's. Bitte. Boah. Da ist schon einer da links bei der Box. Links bei der Box. Mhm. Da wo das B-Schild drauf ist. Help. Fang du mal von hinten. Anderer da, Diegel. Haben. Könnte halt hinter dir von der Treppe kommen, gell. Nein, er ist auf der roten Kiste. Go, 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 go. Ja, ja. Lass mich nicht rennen. Drei Sekunden noch. Chill, chill, chill. Nicht in die Face, ne. Nicht, dass er nicht hergeschaut hätte, aber... Pfff. Hab ich gemisst. Leck mich am Zückerli. Ich hab mich schon sterben gesehen. Ja, ne. 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 Der ist hinter uns. Ich hab ihn gehört. Okay. Ach, er ist da. Nice. Oh, ein Bullet hätte ich auch. Ah, da hängt er. Ich hab gesehen. Oh, 100 und 100. Das ist, äh, wenn's das anzeigt. Wäre lustig, wenn er weniger wie 100 gibt und er ist tot. Ich hab noch keinen gesehen. Bin low. Mati, komm zu dir. Komm zu dir. Ich bin low. Aber vom Skill her. Der hat glück grad in der Mitte die Waffe geholt. Aber ich hör. Einiges auf der Map anscheinend. Leg. Leg. Kann hinter uns kommen gar. Okay, ich geh auf den Diffuse. Mhm. Er ist da, er ist da bei mir. Ja, der kleine Isch. Bi, 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 bi. Der Dumme fang da die Fusen. Es gehört sich trotzdem aus. Ja, du hast ja... Ja, du hast ja... Drei Kills gemacht noch. Drei Kills gemacht noch. Die meiste Tode. Ah, Golden Over 4. Ah. Golden Over 1. Ah. Ja. Jetzt hat sich das Uprank verändert. Jetzt wird man nur nur Uprank. Obwohl wir zwei Losses gehabt haben, weißt du? Mhm. Check ich schon wieder nicht. Ist Uprank gepackt? Ja. Jetzt werden die Gegner immer einfach ein Uprank. Ich höre es auf wie Gott.